Ja Freunde, weiter geht's. Wieso hängt das jedes Mal? Egal. Ja, beim letzten Teil habe ich hier die zwei Giganten besiegt. Muss ich hier mit unsterblich? Sonst hätte ich das wahrscheinlich nicht geschafft. Okay. Na. Ja und? Hier kommen Schüsse oben. Guck mal, Mann. Hä, wartet mal Freunde. Ich hab's gesehen, jetzt geht's. Oh Mann, häng nicht. Ne. Freunde, wartet. Ne Freunde, äh, schlappt mal. Ich werde jetzt mehr, äh, den PC nochmal neu starten. Da sehen wir uns dann gleich. Bis dann, Freunde. Ja Freunde, da bin ich wieder. Äh, ich hab meinen PC neu gestartet, also ich muss das konfrontieren. Ähm, ich glaub da legst du nicht daran. Ich weiß auch nicht warum. Okay. Egal. Weiter geht's. Äh, genau. Hier sind wir Stinkebeben, die... Die zwei Mega-Giganten haben wir ja schon ein bisschen zu sehen. Ups. Den Linken kennt ihr schon. Der hat mit dieser Waffe geschossen, mit Maschinen oder so, mit Negan oder sowas. Ähm, 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 ähm. Oh, 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 oh. Ihr seid ja wirklich großzügig. Äh, schau was. Ist doch ein Teufel. So. So. Oh Mann, ich muss ein krasschen. Oh, cool. Ich war ein bisschen überall. Nein, nicht machen. Ich mach ein bisschen dann aber vor. Dann geht das ein bisschen schneller. Die greifen von hinten an. Das reizt mir langsam. Ist er weg? Oder ist er weg? Oh, ich muss aufpassen. Oh, es sind aber schon ganz viele. Ja, grad dein eigenes Freund an. Ich hab nix. Aber die sind alle da drin. Mann, die weg. Das ist normal? Nein. Komm, mach schneller. Ja und? Komisch grad ging's nicht. Egal. Alle hab ich grad nicht gesehen. Was gibt's denn hier? Was gibt's denn hier? Oh, mal einer wieder. Klar, von hinten angreifen, ne? Oh, wie ist das jetzt sch... Oh, oh. Ah, zum Glück, ich bin ja noch... Ich hab noch den Schutzanzug. Hab ich ja noch mit an. War knapp. Ich bin schon zu sicherheit. Ach, wartet mal. Ich muss noch ankommen, da weiß ich noch was. Ich muss noch sagen. Beim letzten Teil war das Asyn... Hat so oft gehangen. Habt ihr aber schon sicher gemerkt. Da was Asynchon ist. Was heißt Asynchon? Also, das ist einfach zu erklären. Bild und Ton stimmen nicht überein. Also Ton ist verschoben, zum Beispiel. Du schießt jetzt, aber das Bild zeigt was anderes. Ja, ich hab das kann uns neu zu displayen. Aber ich hoffe jetzt... Aber bis jetzt hat es noch nicht gehangen. Ich hoffe jetzt, ist es wieder besser. So, weiter geht's. Okay. 20 Stimmen. Level 20, 20. Yo, sir. Ah, na, geh schon jetzt noch viel zu früh. Jetzt sind's zu früh. Kann man zurückkehren? Ich hab das vergessen. Ja, und? Machen wir so einmal. Vielleicht auch nicht. Hm, 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 hm. Mann. Genau, das wollte ich auch deaktivieren. Hä, muss da was gehen? Wie komme ich eigentlich da oben hin? So. Hm, hm, hm. Wo muss ich hin? Da waren wir schon gerade, Freunde. Das habe ich schon. Da war ich schon. Da war ich schon. Beste. Jetzt geht's weiter. Gut. So, da sieht man die mal schon aus. Fast aus dem Weg. So, da ist ja nichts Besonderes. Kann ich mir nicht vorstellen. Gut, gehen wir mal wieder zurück. Jetzt ist es wieder. Nicht zurück. Boah. Gut, besiegt. Oh, das besiegt. Kann man alles schön aufsammeln. Na. Händen das mit. Ah, da war noch eins. Zwei. Und zwei. Ne, nur eins. Oh, doch. Ja. Händen, mach auf. Oh, nö. Muss ich den ganzen Weg nochmal zurückgehen. So, nö. Sick. Aber das kriegen wir schon hin. Dann hier. Dann hier. Äh, genau. Dann. Genau. Na, da geh ich schon nochmal rein. Ups. Ich glaube, da ist der Ausgang war. Beziehungs. Boah, ich. Alle gute Dinge sind drei. So, jetzt Konzentration. Oh, da wartet mal. Das ist doch alles zu lange. Ne, ich brauche schon nicht mehr. Nicht schlecht. 13 Minuten. Okay, weiter geht's. Ne, das lese ich nicht vor, Freunde. Ich glaube, das Level ist schon, hat sich, glaube ich, in sich. Aber entweder die Kunde zwei. Das nehmen wir noch nicht. Geh mal mal erstmal mehr rein. Hallo. Gut. Geh mal zum nächsten. Total, sagen wir mal. Hallo. Egal, ich hab irgendwo. Am Anfang ist es jetzt genug Leben. Okay. Ist der besiegt? Ah, liegt der da. Okay. 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 Gleich. Jetzt. Ach, komm, jetzt haben wir jetzt alles auf. So, 151. Ich habe noch keinen geälderen Schieße. Moment. Karte gucken. Aber wir haben noch ein bisschen Zeit. Scheiße, Mann. Ich weiß nicht, ob ihr das auch hört, aber... Da nicht. Aha. Das ist ja ganz klasse gemacht, das Spiel. Na, schiette doch. Ich muss so machen, das ist egal. Jetzt mal. Oh, komm, wir werden am Anfang. Was bewegt das? Nix. Tö. Ah. Boah, ich soll uns so cheaten. War ich da gerade schon? Schweißen. Okay, jetzt müssen wir gehen mal rechts. Das ist aber nicht schnitt von ihm. Gelber Schlüssel, gelber Schlüssel. Was muss man die alle besiegen? Super Rucksack, sage ich immer. Schlüssel, wichtig. Und das bekomme ich. Und das war beim ersten Teleporter, ne, Freunde? Flasher. Oh, ha! Ja. Dann Been nach ihm. Ich spür's dich mal ein bisschen. Aber den ist ja... Oh, mach schnell! Das bleibt mir Auf und ich geh jetzt mal schnell zu Ende Da schaffen wir auch in diesem Part Ah, gut Blauen Schlüssel No go Das sieht besser aus hierzu Doch Okay Ja, auf dem Anfang nicht schlecht Ein oder zwei Der Katakomps Speichern Das war fast vergessen Okay Freunde, die Zeit ist allers Wie es hier weitergeht in diesem Level Das sehen wir im nächsten Teil Also bis dahin euer Let's Play Andy Adios Und ciao Ciao